Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur Preview des Deutschland-Spiels im Achtelfinale. England gegen Deutschland. Ja, es geht direkt brutal los für die Leute, die vielleicht die anderen Spiele natürlich auch verfolgt haben. Ich denke, sonst würdet ihr das Video hier auch nicht sehen. Die Niederlande hat gegen Tschechien verloren. Das bedeutet, sollten wir die Engländer morgen rausschmeißen, ist unser Weg ins Finale relativ machbar. Dann wird der Sieger aus Schweden und Ukraine unser nächster Gegner sein und dann im Halbfinale wartet entweder Tschechien oder Dänemark. Dementsprechend sollte der Weg ins Finale dann eigentlich relativ machbar sein. Dafür müssen wir aber logischerweise erstmal an den Engländern vorbei. Und darum wird es heute gehen. Ich werde euch eine kleine Analyse bieten, wie ich denke, wie wir spielen sollten, auf was wir achten sollten und wie wir letztendlich die Engländer schlagen können. Dafür erstmal kleiner Gruppenphase Roundup. England finischt natürlich die Gruppe als Tabellenerster. Die Gruppe mit Kroatien, Tschechien und Schottland. Sehr souverän, ungeschlagen, ohne Gegentor, aber auch nur mit zwei geschossenen Toren. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig zu sagen. Wir Deutschen, wisst ihr alle, mogeln uns da so ein bisschen durch mit dem Last-Minute-Unentschieden gegen Ungarn. Leon Goretzka schießt uns da wie auch immer ins Achtelfinale und somit stehen wir jetzt gegen England im Wembley am Dienstag um 18 Uhr auf dem Rasen. Ja, das fasst es auch eigentlich schon ganz gut zusammen. Deutschland so ein bisschen durchgewurschtelt. England jetzt auch nicht brutal überragend, aber irgendwie auch sehr effektiv. Haben so ungefähr so viel gemacht, wie sie machen müssen. Letzten Endes aber auch nicht mehr. Kommen wir also direkt zu den Aufstellungen. Ich habe hier beide Aufstellungen mal vorbereitet. Wir beginnen natürlich mit der Aufstellung der Deutschen. Haben wir natürlich Manuel Neuer am Tor. Ich denke, daran wird sich nichts ändern. Die Dreierkette aus Ginter, Hummels und Rüdiger sollte sich auch nicht ändern. Eine Änderung gibt es im Mittelfeld. Ich bin mir recht sicher, dass Leon Goretzka in die Startelf zurückkehrt. Alles andere wäre auch irgendwie falsch, würde ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen einfach diese Power, diese Dynamik, die Leon mitbringt. Und von daher habe ich ihn direkt zurück in die Startformation gepackt für Gündogan, weil ich einfach denke, dass es mit Goretzka und Gündogan etwas zu kreativ, zu offensiv wäre. Hätten wir halt hier im 6er-Bereich extreme Lücken, die wir nicht füllen können. Von daher glaube ich, dass Groß dann eher so den, ja ich sag mal, so einen Deep-Line-Playmaker machen wird und Goretzka sich dann hier vorne auf der 8 frei austoben kann. Ansonsten bleibt alles natürlich gleich. Ich meine, es hat brutal funktioniert. Warum sollten wir das ändern? Auch wenn es jetzt gegen Ungarn ein bisschen unausgeglichen war, es ist trotzdem einfach ein brutales Mittelfeld. Also denke ich nicht, dass sich daran noch was ändern wird. Im Sturm dann Müller, Gnabry, Havertz. Denke ich auch nicht, dass da irgendeine neue Änderung hinzukommen sollte. Müller natürlich zurück. Gegen Ungarn ja nicht in der Startelf da für Leroy Sané, der brutal geschlachtet wurde von allen Medien. Ich gehe da ein bisschen dagegen. Letzten 20 Minuten waren echt nicht optimal von ihm. Aber ansonsten fand ich das Spiel gegen Ungarn von ihm eigentlich gar nicht so verkehrt. Er war so ziemlich der Einzige, der in der Offensive da wirklich ein bisschen Krawall gemacht hat. Deswegen, ich fand Sané gegen Ungarn nicht verkehrt. Auch innerhalb, wenn er, wie gesagt, von den Medien etwas zu hart, meiner Meinung nach, kritisiert wurde. England sollte wie gewohnt mit dem 4-3-3 starten. Das bedeutet eine flache Viererkette. Ein Sechser mit Declan Rice. Zwei Achtern. Phillips sollte gesetzt sein. Wer die Position übernimmt, ist ein bisschen kritisch. Könnte Mount sein, könnte Grealish sein. Ich persönlich, ups, ich persönlich lege mich jetzt einfach mal auf Jack Grealish fest. Und Linksverteidiger könnte Chilwell oder Shaw sein. Ich persönlich gehe jetzt in dem Fall einfach mal mit Shaw. Denke, er wird spielen. Das sind so die drei Positionen, die ich etwas offen gelassen habe. Alles andere sollte safe sein. Und rechter Flügel. Sehr schwer einzuschätzen. Ich persönlich gehe jetzt einfach mal mit Phil Foden. Denke, er wird spielen. Könnte aber auch ein Sarka sein, einen Sancho und Rashford. Also hier ist wirklich alles denkbar. Ich persönlich gehe einfach mal mit der prädestinierten Standard-Offensive der Engländer mit Foden, Sterling und Harry Kane auf. Und wie gesagt, hier alles möglich ist. Könnte auch Sarka nochmal hier starten. Weiß man nicht. Ist natürlich auf dem Papier eine echt gute Aufstellung. Problem ist, relativ junge Mannschaft. Habe ich auch in meiner Preview gesagt, weswegen ich England nicht im Halbfinale sehe. Weil mir da einfach zu wenig Erfahrung im Team vorhanden ist. Die haben eine extreme Qualität. Die haben eine brutale Eingespieltheit. Aber wie gesagt, mir fehlt es einfach an Erfahrung. Und auf der europäischen Ebene ist das einfach wahnsinnig wichtig. Also wenn du dir einfach mal das Mittelfeld von Grealish, Philips und Declan Rice anguckst und vergleichst es einfach mal mit einem Goretzka-Kroß-Kimmich. Das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Level, was die an Erfahrung mitbringt. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es da zu einer Übermacht im englischen Mittelfeld kommt. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir in den taktischen Teil reingehen. Ja, so prognostiziere ich einfach mal beide Aufstellungen. Die deutsche sollte relativ obvious sein. Bei England sind halt zumindest mal die beiden Formationen hier relativ undenkbar festzulegen. Luke Shaw sollte eigentlich sicher seinen Platz haben. Worauf müssen wir bei den Engländern besonders aufpassen? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Natürlich, Harry Kane hat immer noch nicht getroffen. Der Junge wird heiß sein. Heißt jetzt nicht, dass er unbedingt gegen uns treffen wird. Aber natürlich muss man immer ein Auge auf Harry Kane werfen. Der Typ ist einfach nur krank. Und auch wenn er bisher noch nicht getroffen hat, das lag halt vermehrt daran, dass er auch einfach keine Bälle bekommen hat. Ich glaube, es kam nur zu, in der gesamten Gruppenphase, zu zwei Abschlusssituationen für Harry Kane. Und das ist halt für einen Stürmer verdammt wenig. Könnte man auch als Schwachpunkt der Engländer sehen, dass sie eben einfach hier aus diesem Mittelfeldverbund kommen und der Stürmer da eher isoliert die Räume frei macht und weniger fürs Tore schießen da ist. Könnte auch mal in die Hose gehen. Dementsprechend auch relativ wenig Tore geschossen in der Gruppenphase mit zwei. Ich sehe es jetzt trotzdem mal als Aufpassmoment, weil ich mir einfach, wie gesagt, denke, dass Harry Kane da heiß sein wird und Bock haben wird, hier endlich mal seine Kiste zu machen. Auf wen sollten wir noch auffassen? Generell, ich habe es eben schon gesagt, eine brutale Eingespieltheit. Meistens spielen alle elf Spieler in der Premier League. Das heißt, sie kennen den englischen Fußball, sie spielen alle in einem ähnlichen Stil, sie spielen in derselben Liga und dadurch ist halt einfach eine extreme, ja, wie gesagt, diese extreme Eingespieltheit da. Noch dazu alle natürlich mit einer hohen Qualität, auch wenn ich, wie gesagt, eben angesprochen habe, die Erfahrung nicht allzu hoch ist, haben sie trotzdem eine wahnsinnige Qualität im Kader, die man nicht unterschätzen darf. Von daher, da müssen wir natürlich drauf aufpassen. Ebenfalls defensiv sehr solide. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir die Innenverteidigung aus Maguire und Stones angucke, dann ist das für mich keine starke Innenverteidigung, aber sie spielen es einfach in England oder in der englischen Nationalmannschaft immer sehr, sehr gut zusammen. Von daher, zusammen mit Luke Shaw und Walker, die beides absolute Physismonster sind und noch dazu ordentlich Tempo mitbringen, ist das einfach eine sehr, sehr solide Viererkette, die bis jetzt, wie gesagt, auch dreimal die Null gehalten hat. Auch wenn es nicht die besten Gegner waren, wenn man überlegt, 1-0 gegen Tschechien, die jetzt 2-0 gegen die Niederlande gewonnen haben, das muss man erst mal schaffen. Dementsprechend ist hier einfach, wie gesagt, eine brutale defensive Solidität da. Wie man das schlagen kann, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das, ich sage mal, aus diesem Verbund, den England spielt, kann man eigentlich jetzt schon prognostizieren, dass Deutschland mehr Ballbesitz haben wird. Das ist ja in den meisten Fällen bis jetzt der Fall gewesen und auch England wird das wahrscheinlich ähnlich spielen, wodurch wir dann einfach durch den Ballbesitz nochmal unsere Chancen haben. Dazu aber, wie gesagt, gleich mehr dazu, wenn wir drüber reden, wie wir die Engländer schlagen können. Ebenfalls, meine Wants-to-Watch-Spieler, im Sinne von, auf was wir richtig aufpassen müssen, sind halt einfach die beiden Achter. Also ich nehme mal Sterling und Foden raus. Sterling ist halt in der Nationalmannschaft nie verkehrt, aber ist jetzt eigentlich nicht der beste Abschlussspieler. Von daher werde ich jetzt nicht wirklich große Angst vor Sterling. Foden, super geiler Spieler. Ihr wisst ja, nach Sergio Coon Aguero mein absoluter Lieblingsspieler, aber auch er hat noch nicht die Erfahrung, um hier eine deutsche Nationalmannschaft komplett auseinanderzunehmen. Von daher würde ich die beiden Flügelspiele jetzt eher mal rausnehmen. Declan Rice ist ja eher, wie gesagt, dieser Deep-Line-Playmaker, der Abräumer. Harry Kane wird nicht ins Spiel integriert. Das heißt, die beiden Leute, auf die wir richtig aufpassen müssen, sind halt in meinem Fall jetzt prognostiziert. Jack Rielish und Phillips von Leeds. Die beiden werden natürlich einiges an Räumen hier haben, werden im direkten Duell gegen Goretzka und Kroos spielen. Da müssen wir natürlich hoffen, dass Goretzka zurückkommt, weil der wird auf jeden Fall in Phillips hier ein brutales Box-to-Box-Duell liefern. Und da, wie gesagt, da wird es sehr, sehr wichtig sein, dass Leon zurückkehrt. Ansonsten, Jack Rielish, auch ein brutaler Spieler, wird oft unterschätzt, im Sinne von, was er drauf hat im Spielaufbau. Da müssen wir auch auf jeden Fall aufpassen. Also, wie gesagt, für mich Phillips und Grealish sind für mich die zwei Schlüsselpositionen, wenn wir die mit Goretzka und Kroos hier gut abfangen können, bin ich einfach mal der Meinung, dass England keinen guten Spielaufbau haben wird. Auch wenn es natürlich nicht 90 Minuten möglich sein wird, die beiden hier zu stoppen. Sind aber auch, wie gesagt, auf jeden Fall die beiden Spiele, auf die ich besonders aufpassen würde. Kommen wir aber jetzt zum Teil, wie wir England schlagen können. Erstmal, uns wird natürlich eine große Stärke geraubt und das ist Robin Gosens, der im direkten Duell gegen Kyle Walker spielen wird. Und Kyle Walker ist eine absolute Zweikampf- und Tempomaschine. Also Gosens quasi hat genau seinen Gegenpol mit Kyle Walker. Das heißt, über ihn wird relativ wenig gehen. Bedeutet aber auch, dass die Viererkette, stellt ihr euch jetzt einfach mal hier vor, wenn wir viel über links spielen, natürlich auch nach links rücken muss. Und dadurch, dass sie nur eine Viererkette haben, werden wir mit Kimmich hier wieder verdammt viel Platz haben. Das war schon gegen Portugal so. Letzten Endes wurde dann doch mehr auf Kimmich verlagert. Das heißt, Gosens hat mehr Platz gehabt. Und genau diese Breite, die wir halt einfach haben, ich habe es jetzt hier mal als Formationsvorteil niedergeschrieben, wird der Schlüssel sein, dieses Spiel zu gewinnen. Als kleines Beispiel dafür, vergleicht die Formation der Franzosen, der Ungarn, auch wenn Frankreich keine nominelle Fünferkette gespielt hat, die haben teilweise eine Sechserkette gespielt. Also eine extrem weite und kompakte Defensivlinie. Und dadurch hat Deutschland einfach diese Breiten, diese weiten Flächen hier außen nicht gehabt. gegen Portugal, die einzige Mannschaft in der Gruppenphase, die eine Viererkette gegen uns gespielt hat, hatten wir so unfassbar viele Räume hier auf außen. Das heißt, Gosens und Kimmich kamen so oft zu diesen Flankenbällen in die Mitte, diese scharfen Pässe, die wir dann reinspielen konnten. Und England wird definitiv, oder was heißt definitiv, relativ sicher eine Viererkette spielen. Sollten sie Dreierkette spielen, was ein taktisch sehr schlauer Move wäre, ich kann es mir aber nicht vorstellen, würde sich mein Punkt hier revidieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass eine Viererkette gespielt werden wird. Das heißt, wir werden zwangsweise, da die Engländer verlagern müssen, die beiden Wingbacks mit viel Platz auf den Außen haben. Und das wird der Key sein. Wenn wir da gute, effektive Angriffe über Außen spielen, werden wir die Engländer allein darüber mindestens zwei Kisten einschenken. Das kann man fast schon garantieren, weil es eben unmöglich ist, mit einer Viererkette solche Wingbacks wirklich effektiv zu verteidigen. Das bedeutet, wie gesagt, das wird unser Key Aspekt sein. Sollte das nicht passieren, für das Szenario, dass England oder Southgate doch so schlau ist, eine Dreierkette zu spielen, was der richtige Move wäre, kommt es natürlich über Agilität und Tempo in der Mitte an. Stellt euch einfach vor, hier steht eine Fünferkette, das heißt, sowohl der Laufweg von Gosens, als auch der Laufweg von Kimmich sind geblockt. Das bedeutet aber wiederum, dass wir hier diesen Dreiermittel- oder Dreierverteidigungsblock der Engländer haben. Das heißt, wir werden hier relativ eng stehen müssen, mit einem aufgerückten, ups, mit einem aufgerückten Gose und einem aufgerückten Kimmich. Das heißt, wir haben hier diesen Fünfer-gegen-Fünferblock und dann wird es natürlich auf die Mittelfeld-Duelle ankommen. Sorry, auf die Duelle in der Mitte ankommen. Das heißt, Agilität und Tempo sind dann von Gnabry, Havertz und Müller auf jeden Fall gefragt. Dann Goretzka, der noch hier zur Not nachrücken kann. Groß, der absichert, mit den beiden Außen, die hier absichern. Und dann müssen wir einfach diesen Overload in der Mitte nutzen. Sollte England, wie gesagt, diese angesprochene Dreierkette nutzen, kommt es hier auf Agilität und Tempo im Mittelfeld an. Das heißt, schnelle und effektiv gespielte Kombinationen, wie zum Beispiel auch einmal Groß, der hier gelaufen ist, Doppelpass mit, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, spielt und dann hier frei zum Abschluss kommt. Auf sowas wird es ankommen. Sollte England diese Dreierkette spielen? Ich glaube es persönlich nicht. Ich denke, wie gesagt, es wird die Viererkette werden und dadurch, wie gesagt, würde dann der einfache Overload über Außen reichen, um sich hier gegen die Engländer durchzusetzen. Ist auch, wie gesagt, für mich der Key Aspekt. Also es wird wieder, wenn England die Viererkette spielt, unfassbar viele Flanken geben, die wir aber auch nutzen können. Weil in dem Fall, das sind ja keine hochgespielten Flanken, blind in den 16er, wie zum Beispiel Matze Ginter sie immer spielt. Die sind übrigens katastrophal. Sondern eher diese schneller Pass nach außen, Gosens steht in der Ecke frei oder Kimmich steht in der Ecke frei, schnelle, harte Flanken in den Strafraum rein und dann ist es sau schwer, das hier zu verteidigen. Das wird der Key Aspekt sein. Sollte Southgate, wie gesagt, auf die Firmwarekette umstellen, müssen wir über Agilität und Tempo über die vier Leute hier im Mittelfeld uns durch die Mitte durchkombinieren. Soviel zum Taktik-Gebäsche. Meine kleine Prognose. Ich bin sehr confident, Freunde. Ich sage, wie gesagt, dass England die Viererkette spielen wird. Das heißt, wir werden den Platz mit Gosens und Kimmich auf außen haben und wenn wir hier diesen Platz haben und wir quasi hier nachrücken können, ist es meiner Meinung nach unmöglich, diese drei oder diese fünf Leute hier verteidigen zu können. Wenn du dann noch einen Goretzka hast, der nachrückt für Nachschüsse oder Fernschüsse, sehe ich aktuell keine Mannschaft außer Frankreich, die das verteidigen könnte. Von daher, sollte England die Viererkette spielen, bin ich sehr confident. Bei einer Firmwarekette wird es wieder auf unser spielerisches Können ankommen. Dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich persönlich sage aber, wir setzen uns hier durch. Ich sage, das wird ein 2 zu 1 für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, wir werden es hier durchsetzen und dann ins Viertelfinale einziehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Sollt, wenn wir eine Runde weiterkommen, gibt es eine solche taktische Analyse auch am Donnerstag zum Freitagsspiel. Wir würden ja dann Freitag spielen. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann am Mittwoch zum, nee, am Mittwoch und Donnerstag zur Preview des Viertelfinals und dann am Freitag, wenn wir weiterkommen, zur Analyse der deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Haut rein, Freunde, schöne Woche, bis dann und ciao, ciao.